Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr habt mich jetzt eine Weile nicht hier auf dieser Bettkante sitzen sehen, aber ihr habt in der letzten Zeit ganz viele Vlogs von mir bekommen. Nämlich war ich ja in Island auf Reisen. Es war mega, mega cool, aber heute soll es um was anderes gehen. Nämlich soll ich heute, oder will ich heute, euch mal meine Favoriten sagen. Nämlich kennt ihr es bestimmt aus dem Beauty-Genre. Ich möchte es so ein bisschen allgemeiner machen. Ich erzähle euch über diese ganzen Kategorien, die mir gerade nicht spontan einfallen, was ich dann so cool fand in den letzten Monaten. Und nee, im letzten Monat. Und doch, sagen wir jetzt einfach mal in den letzten Monaten und demnächst wird es dann halt immer für den letzten Monat sein. Wie gesagt, gehe ich ein bisschen auf die Sachen ein, die ich cool fand. Ansonsten suche ich gerade auch noch nach Ideen, nach Formaten oder Videos, die man regelmäßig machen könnte, wo ich mich hier hinsetze und mit euch quatsche einfach ein bisschen, weil ich das übertrieben cool fände. Spontan fallen mir dann jetzt halt diese Favoriten-Videos ein. Falls euch dieses hier gefällt, dann schreibt es unbedingt unten in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß und ich mache ein paar Umfragen und so weiter. Auf jeden Fall suche ich zurzeit so ein bisschen nach Ideen für Videos, die man regelmäßiger machen kann, zum Beispiel Q&As oder Favoriten-Videos, wenn die euch gefallen. Five Songs You've Never Heard, beziehungsweise bei mir heißt es ja, diese fünf Songs müsst ihr gehört haben oder sowas. Das haben ja auch schon ein paar andere deutsche YouTuber danach auch gemacht. Das war eigentlich ganz lustig. Ich lade das hoch, auf einmal machen das ganz viele anderen auch. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich setze mich mal hier hin, ein bisschen auf meine Bettkante in meinen Pyjamas und quatsche ein bisschen mit euch und erzähle euch, was für Produkte ich in den letzten Monaten so cool fand. Und demnächst soll das monatlich kommen, wenn euch das gefällt. Also schreibt das unbedingt unten in die Kommentare und zeigt das mal mit einem Daumen hoch oder runter. Und noch eine Frage, bevor es losgeht. Habt ihr meinen letzten Vlog gesehen, beziehungsweise konntet ihr den überhaupt sehen? Ich hab den dummerweise mittags an einem heißen Tag hochgeladen. Das heißt, die Abo-Box hat nicht so ihren Zweck erfüllt, weil kaum jemand zu Hause war und YouTube-Videos geguckt hat. Also, falls ihr Interesse habt, meinen letzten Vlog aus Island zu sehen, dann guckt mal hier diese Infocard an und schaut euch dieses Video an, nachdem ihr dieses Video hier zu Ende geguckt habt natürlich. Und ja, genau, das war jetzt genug Gelaber. Ich hoffe, ihr habt jetzt viel Spaß mit diesem Video. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch oben, wenn es euch gefällt. Und los geht's! Starten wir mit der ersten Kategorie. Wie gesagt, bei mir sind die Favoriten-Videos ein bisschen allgemeiner gehalten, weil ich jetzt nicht unbedingt meinen Lieblings-Concealer und meinen Lieblings-Lippenstift oder so zeigen muss, weil es sowas bei mir nicht gibt. Bei mir ist das so ein bisschen allgemeiner. In allem, was ich konsumiere, kaufe und so weiter. Starten wir mit dem ersten Ding. Das sind nämlich die Apps bei mir. Also, Kategorie 1 Apps. Das sind bei mir Pokémon Go, Instagram, Twitter und Snapchat und Musical.ly. Also, die ganzen Social Media Apps, weil Social Media ist irgendwie so mein Leben. Obwohl, ich würde noch via SEO-CAM dazuzählen. Ansonsten Instagram. Ich war ja auf Reisen in diesem Monat. Deswegen Instagram habe ich fast jeden Tag ein paar Bilder gepostet. Also, wenn ihr mich hier auf meinem Kanal vermisst, weil ich es irgendwie wieder nicht gebacken kriege, regelmäßig Videos hochzuladen, dann schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei, weil da findet ihr dann eigentlich für gewöhnlich regelmäßig Videos. Und da könnt ihr mich dann weiterverfolgen. Und da update ich euch auch. Genauso wie auf Snapchat. Blendt euch einfach meinen Namen ein. Der ist überall gleich. Da nehme ich euch mit, wenn ich gerade Akku und Datenvolumen habe. Oder wenn ich gerade WLAN habe. Und ansonsten Musical.ly. Musical.ly macht mir auch richtig viel Spaß. Ist immer so ein bisschen in Schüben. Manchmal habe ich richtig Bock auf Musical.ly. Mach dann ganz, ganz viele. Und manchmal mache ich dann längere Zeit wieder gar keine. Meine zweite Kategorie ist für YouTube ziemlich naheliegend. Nämlich ist es die Kategorie YouTuber. Und dort sind gerade meine absoluten Favoriten David Dobrik und Liza Koshy. Das ist ein Pärchen. Sie ist eine super lustige Comedian. Und er ist eine Art Daily Vlogger. Aber nicht Daily. Und es sind auch nicht wirklich Vlogs, sondern auch eher so Entertainment Videos. Aber im Vlogging-Stil. Bei denen ist es gerade wirklich so, wenn die ein Video hochladen, wenn ich da die Notifikation bekomme, egal wo ich bin, egal wie wenig Datenvolumen ich noch habe, weil dieses Video wird auf der Stelle angeguckt. So gehypt bin ich gerade bei denen. Ich finde die richtig, richtig cool. Die sind unnormal sympathisch. Und einfach ein süßes Pärchen. Aber auch so, die sind einfach so unnormal lustig. Kommen wir zu meinen Lieblingsserien gerade. Meine absolute Lieblingsserie sollte euch allen mittlerweile bekannt sein. Nämlich ist das Suits. Seit dem Staffelfinale von Staffel 5 war jeder dritte Tweet von mir gefühlt über Suits. Und jetzt ist Suits wieder da. Und jetzt ist wieder gefühlt jeder dritte Tweet über Suits. Ich kriege kein Geld dafür, die zu promoten. Aber ich weiß, dass so viele von euch mittlerweile wegen mir Suits angefangen haben und diese Serie auch lieben gelernt haben. Ich habe die Serie, glaube ich, auch schon hier zu Hause mit sieben, ne, mit zehn Leuten allein schon nochmal neu angefangen, damit die auch süchtig davon werden, weil ich die Serie einfach so liebe und auch die erste Staffel ganz gerne nochmal komplett neu gucke. Und jetzt gerade vor zwei Wochen hat die sechste Staffel angefangen, was mich mega gefreut hat. Das heißt, jetzt kann ich endlich wieder meine Sucht stillen. Und nach diesem Cliffhanger von Staffel 5 brauchte ich das auch. Sehr, sehr, sehr dringend. Sehr dringend. Sehr dringend. Und jetzt kommen wir wirklich zu einer Kategorie, die ein bisschen in dieses Beauty-Ding reingeht, wo dieses Format hier eigentlich auch herkommt. Nämlich kommen wir jetzt zu Kosmetik oder Pflegeprodukten, bla bla bla. Das ist bei mir relativ überschaubar. Nämlich nur diese drei Produkte hier. Produkte, ich habe gelernt. Das sind keine Dinger, das sind keine Sachen. Das sind Produkte. Das habe ich aus dem Beauty-Genre adaptiert und gelernt. Auf jeden Fall. Das hier benutze ich für meine Haare. Das einfach, nachdem ich aufgestanden bin. Also das kann man trockene oder nasse Haare machen. Also einfach, nachdem ich aufgestanden bin oder nachdem ich geduscht habe, packe ich dieses Zeug da rein. Das riecht mega, mega cool. Und dann gibt es jetzt noch was, was für alle wahrscheinlich ein bisschen interessanter ist. Nämlich an Menschen, die manchmal unter Pickeln leiden. Wie ich zum Beispiel, nachdem ich Schokolade gegessen habe. Mein Körper ist so judgmental. Sobald ich ein bisschen Schokolade gegessen habe, werde ich sofort bestraft mit einem Pickel. Das ist wirklich so krass. Ihr könnt an meinem Gesicht direkt sehen, ob ich gerade irgendwie Süßkram gegessen habe oder nicht. Auf jeden Fall, wenn ich Pickel habe, die rot sind oder die mich nerven oder sowas, dann benutze ich das hier. Das ist Azulen-Puder. Azulen ist, glaube ich, so ein ätherisches Öl, was aus Kamille gewonnen wird. Kamille, wisst ihr ja, das macht man ja auch bei Erkältungen oder sowas. Das wirkt beruhigend und heilend. Und das Gleiche macht das auch mit den Pickeln. Und das Schöne ist, das Ganze ist hautfarben. Das heißt, man kann damit auch noch den Pickel ein bisschen abdecken. Für mich ist es wahrscheinlich ein bisschen zu hell, aber dadurch, dass ich das nur ganz dünn mache und das dann nicht so auffällt, weil dann viel Haut durchschimmert und so weiter, geht das eigentlich ganz gut. Gerade habe ich nichts davon drauf, weil ich keinen Pickel habe. Gerade, yes! Ich packe einfach zu allem, allgemein zu allen Kategorien, zu allem, was ich erzähle, packe ich Sachen, falls ich sie finde, unten in die Videobeschreibung rein. Und das Nützlichste, oder was ich wohl am häufigsten nutze gerade, nämlich Lippenbalsam. Aber kein normaler Labelle oder sowas. Vielleicht wisst ihr, das ist nicht unbedingt so gut für eure Lippen. Ich habe da früher schon mal ein Video drüber gemacht. Dann fühlt es sich direkt, nachdem man das benutzt, hat richtig, richtig gut an, aber kurze Zeit danach schon gar nicht mehr. Deswegen, don't use that kind of stuff. Ich benutze hier aus einem Fachgeschäft einen Lippenbalsam aus Bienenwachs. Und die sind auch nicht so, dass die abhängig machen und dann irgendwie, dass du die ganze Packung benutzt und dann direkt wieder nachkaufst. Dafür machen wir das ja eigentlich. Deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Links sind alle unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zu meinen Lieblingsfilmen diesen Monat, beziehungsweise den einzigen zwei Filmen, die ich diesen Monat geschaut habe, aber extrem gute Filme, mit denen ich echt sehr happy war. Nämlich war das einmal ein älterer Film, ungefähr aus dem letzten Jahr, keine Ahnung. We Are Your Friends mit Zac Efron, dieser DJ-Producer-Film. Ich weiß nicht, ihr wisst ja vielleicht, ich bin jetzt ein Mensch, der Partys nicht so toll findet, aber ich mag irgendwie diese Party-Filme. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Party-Film, vereint so dieses Party und dieses erfolgreich mehr werden in einem. Auf jeden Fall hat mir das richtig, richtig gut gefallen. Der Film war cool, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gibt es auf Amazon Instant Video for free, also wenn man Amazon Prime-Kunde ist. Auf jeden Fall We Are Your Friends, mega cooler Film. Und vorgestern war ich im Kino, nämlich im Film Central Intelligence mit Kevin Hart und Dwayne The Rock Johnson. Mega, mega cooler Film, hat mir richtig Spaß gemacht. Kommen wir zu meinem Lieblings-Audiobook. Das war diesen Monat oder ist in letzter Zeit seit vielleicht schon zwei Monaten oder sowas, weil ich, also ich habe Audible, dieses Abo, wo man jeden Monat ein Guthaben-Ding von Audible bekommt und sich dann ein Hörbuch for free runterladen kann. Am Anfang war es so, da habe ich mir die Hörbücher geholt, wie A Work in Progress von Conor Franta oder von Tyler Oakley, Binge. Irgendwie waren die Hörbücher relativ schnell durchgehört, weil die waren halt nur so fünf bis acht Stunden oder sowas. Wenn man, wie ich, die Hörbücher sehr, sehr cool findet, dann hat man das irgendwie in drei, vier Tagen durch. Und seitdem ich mit den Sachen durch bin, höre ich jetzt die Harry Potter-Hörbücher und die sind schon ein bisschen länger und ich kenne die Storys ja schon. Das heißt, ich bin nicht so motiviert, so, oh, was passiert jetzt? Sondern ich will die Hörbücher einfach nur nochmal auf Englisch hören. Also alle Hörbücher, die ich auf Audible habe, sind auf Englisch und mag das, wenn ich das als Input habe. Ich hätte ganz gerne auch eine Sprache, die ich regelmäßig sprechen könnte. Aber, ich wohne in Deutschland. Mal gucken, wie lange noch. Auf jeden Fall brauche ich für die Harry Potter-Bücher sehr viel länger. Das heißt, ich bin jetzt wahrscheinlich schon seit anderthalb Monaten nah an Harry Potter und der Gefangene von Asgaban auf Englisch. Also Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Mein Lieblingsreiseziel diesen Monat, ich war diesen Monat nur einmal weg. Nämlich war ich in Reykjavik in Island und es war mega, mega schön. Falls ihr meine Vlogs noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch die eventuell angucken. Ich habe sowas so Natur noch nie gesehen. Ich war jeden Tag aufs Neue beeindruckt, weil jeder Tag sich weiter gesteigert hat. Das habt ihr auch in den Works gesehen. Ich war so, boah, das ist der krasseste Ort, den ich jemals war. Und dann zwei Tage später, oh mein Gott, das ist der krasseste Ort, den ich jemals war. Und dieser Wasserfall ist so krass. Und dann am nächsten Tag, dieser Wasserfall ist so krass. Und das war halt irgendwie immer weiter eine Steigerung. Holy shit, ist das schön. Das ist einfach so ein extrem schönes Land. Roman. Ob die die bestellen müssen und so weiter, das wäre echt cool. Nächste Kategorie ist mein Celeb Crush of the Month. Meine Celeb Crush of the Month sind gerade Alexis Renn und Lea Marie Johnson so wie jeden Monat. Meine Kamera hat die Aufnahme nach 30 Minuten abgebrochen. Das heißt, ich habe doch das ganze Video zu Ende geredet. Und es wurde nicht aufgenommen. Naja, wir können das Video nochmal zu Ende machen. Ich werde mich jetzt aber ein bisschen kürzer halten. Es ist nicht eure Schuld, aber es ist meine Schuld und ich werde jetzt das Video nochmal zu Ende machen. Auf jeden Fall habe ich mir Equipment gekauft. Darüber kann ich ein einzelnes Video machen, wenn ihr Bock habt. Auf jeden Fall habe ich sehr, sehr lange dafür gearbeitet. Und deswegen habe ich mich dann damit belohnt und eine kleine Investition in die Zukunft gemacht, indem ich mir dieses Equipment gekauft habe. So ewig davon geträumt, diese Kamera zu kaufen. Und ansonsten kann ich ja vielleicht mal in einem Daily Vlog oder irgendwie sowas. Falls ich mal wieder damit starte, schreibt unbedingt mal unbedingt unten in die Kommentare, ob ihr das wollt. Und falls ich das mache, kann ich dann ja vielleicht mal in einem Daily Vlog darauf eingehen. Kommen wir zur Kategorie Lifestyle. Da habe ich zwei Sachen. Nämlich eine Powerbank. Die habe ich mir gekauft, als ich Pokémon Go süchtig wurde. Und Pokémon Go ohne eine Powerbank funktioniert nicht. Und was ich auch noch habe, ist hier diese Boombox. UE Boom 2 heißt die, glaube ich. Und die ist übertrieben gut. Also wirklich, die Soundqualität davon ist richtig, richtig gut. Ich habe übrigens wieder Spotify. Ich packe euch mal eine Playlist unten in die Videobeschreibung. Die ist noch relativ leer, aber wenn ihr Bock habt, immer gute Musik zu haben, dann schickt die mal ab, weil ich werde die nach und nach immer mal wieder updaten, glaube ich. Auf jeden Fall ist die Soundqualität davon richtig gut. Und die ist richtig laut. Und jetzt mache ich das aus, damit ich nicht gestrikt werde. Das allerletzte auf meiner Liste ist hier diese Uhr. Die Eclipse Metallic Red heißt die, glaube ich. Die richtig schön. Die trage ich gerade fast jeden Tag. Und falls ihr das noch nicht wisst, in jeder Videobeschreibung ist ein Gutschein-Code von mir drin, wo ihr 10% auf der Zero-Seite spart. Auf jeden Fall war es das jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war so ein bisschen chilliger. Sit down. Und nehmt euch ein Getränk. Setzt euch hin. Guckt dieses Video. Art von Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem auf jeden Fall einen Daumen nach oben, damit ich Bescheid weiß. Und schreibt einen Kommentar, wie euch das gefallen hat. Wir sehen uns mal auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Wenn ihr mich abonniert habt zumindest, das macht ihr hier oder hier. Und dann guckt ihr mein letztes Video an oder sowas. Das war ein Vlog aus Island. Der Vlog, wo ich zurückgeflogen bin und wo unser Auto kaputt gegangen ist. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.